hey was geht ab ich bin der sascha willkommen auf meinem youtube kanal ich fahre schon seit vielen jahren motorrad trail jetzt mittlerweile mehr fahrrad viel dirtbike oder auch mit dem e bike bin ich unterwegs wurde jetzt schon öfters angeregt ich soll doch mal ein youtube video machen dann dachte ich mir ja komm ich probiere das ganze einfach mal ich mache ein youtube video soweit ist heute gekommen ich habe die kamera ich bin bereit für ein youtube video das heißt so viel wie ich packe jetzt mein fahrrad zusammen mein helm werfen ins auto und nehme euch einfach mit zu einer kleinen street session und dann sehen wir uns dort wir sind jetzt hier am ersten spot in ludwigsburg fahren wir uns jetzt eine kleine runde ein und dann geht es weiter und 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 Das war's für heute. kurze drei line hier alle zwei auf dem Hinterrad, wir schauen was es klappt Easy, weiter geht's Easy, weiter geht's Easy, weiter geht's Easy, weiter geht's Lass mich nicht hängen Alter Jetzt nächste Location, Manual Auf die Bank hier drauf, auf dem Hinterrad gedreht, alle auf dem Hinterrad runter 180 raus Perfekt Easy, zwar nicht ganz Manual aber Aber das muss man sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geht, Alter. Kurze Locationwechsel jetzt hier am Bahnhof in der Nähe. Warride und einmal, ich weiß nicht, wie man es nennt, beide Räder an die Wand zu Fakie. Geht, Alter. Ja, kurze Pause. Kleine Platten. Kurz wechseln, dann geht's weiter. Geht, Alter. 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 So, das war's jetzt mit dem Video. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Checkt doch gerne mal mein Instagram ab. Infos dazu unten in der Infobox. Ansonsten lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da und wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, Ideen, was ihr gerne sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.